Heallechleute, herzlich willkommen wieder bei FjRHLLIT Mal sehen was sie will von uns also heilen wir boom ich brauche ne kleine stärkung besorg mir ein bisschen eridium ja in einer meiner stahlboxen sollte was sein ok schauen wir mal eridium Gebunden. Oh. Oh, oh. Ja, sieh mal. Oh, ja. Oh, danke für den Kill. Ja, stirbt ihr! Ja. So. Oh. Der kleine Wurm. Na komm, gebt ihr euch. Gebt mir. Das wird leider jetzt, scheiße. Oh, tot, geil, danke Lilith. Sterb, du kleiner Pisser. Ja, wolltest du mich killen, gell? So. Na toll. Oh, what the fuck? Nein! Jawoll. So, tot, endlich. Boah, du hast schon ein bisschen heftig. Boah, da ist noch eine wahrscheinlich. So, drücken wir I und gehen wir ab unsere Fähigkeiten. Genau. Das haben wir. Das habe ich auch gemacht. Oh, um 12% mehr Feuerrad. Ist schon gut. Nehmen wir. So, Moni, noch mehr Moni, Eridium. Genau, das haben wir gebraucht. Was ist das Zeug? Ja, das weiß ich schon. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten. Oh, ja. Na ja. Ex, bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kamer und was Steck damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still. Nein. Okay. Wow. Das erinnert mich daran, dass es den Bloodshot Stronghold von vielen Gesellen bimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Danke. Dankeschön. Ich gebe mir mein Bestes. So. Jetzt geht wieder. Weiter. So. so. Und wer will der Nächste sein? Nächste sein? Nächste sein! Wer will Nächste absgeschossen sein? Oh fucken yeah! Ehm. Ne, lieber hier nicht. Gehen wir geradeaus noch So Und das ist Waffenkiste Und wow Ah, Stromgewehr Ne, nichts mehr da Schade Wirklich schade muss ich sagen Ja, tot Sterb Du mieser Dingbogen Weiße Und generell Keine Fragen Halt die Schnauze Äh, Muni habe ich vergessen zu kaufen Schauen wir mal Ähm Ja, nein, nein Okay Und das ist Ja, aber ich will alle beide Hm Also den Gewehr lasse ich, weil ich will ja an Vierter Stelle Stromgewehr haben Das ist scheiße Sniper 85 Das ist besser Aber Der Feuer Könnte ich schon machen Weil einer will mit Feuer Einer will mit Elektro Und einer will ich haben Und der Sniper will ich Und einer mit Toxin Dixpunks So Äh, ja Bevor das wird So Leute Ich werde sagen das war's Und wir sehen uns Und nächstes Mal Ciao So